Ich bin Lehrer Akne 9-7 und unser Schüler Shadows of Sertino Fighter da haben wir eine Beschreibung vorlegt Patient leidet nach Vergiftung durch Gas inkonsistente Symptomatne Symptome Penisse erschwert genauer Bestimmung des Gifte des Gases krass bricht die Farce das letzte Wort war fail ich weiß even a chemical weapons dumm dumm sogar chemische Waffen ja und das ist Symbostik ja das wollten wir immer skippen Gucken wir uns an wie wir Menschen entgiften ich weiß nicht wie es geht egal wir machen es einfach wir saugen die aus ich sauge ich werde reinbeißen ich sauge uns ganz im Blut aus om nom 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 om nom nom ja toll warum sind Polizisten alle fette in dem Spiel Irgendwie ich kapier das nicht soll es rassistisch sein ihr Bastarde anscheinend ihr Schwulen Kackköpfe aufgeschnitten so mal gucken was haben wir denn da was haben wir denn an der Lunge merkst du dich die Farben oh super also schon mal wieder nix für mich pass auf da ist grau ach so ein Farbenspiel wird das hier ah ah boah pfff explodiert was ist das so ein krankes Gas ich weiß nicht gleich mal monox abwurf Gas aufgeschnitten 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 einmal so dann das da glaube ich ja ok oh grau gelb ok grau gegen gelb gelb gegen grau ok das scheint nicht der richtige Antidote zu sein nur derjenige mit der gleichen Farbe hat einen Effekt hm das scheint nicht die Inflammation hat aufgeschnitten aufgeschnitten boah was ist das denn für ein rotz ich hasse Gifte jetzt weiß ich warum ich Gift Pokémon so hasse das so und da rein so da rein und das so rein ja genau ach so muss man das machen ok das ist Memory für dumme echt mal wenn du einen mit der Farbe abknallst wie immer so musst du dir die von den anderen merken fuck 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 scheiße 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 explodieren hindern egal muss muss den ausspritzen DON'T DIE NEIN TREM TREM Oh Gott, hoffen wir haben wir genügend Faden ja ja es war alles schlecht aber egal 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 Oh, ich muss nicht spritzen Ah, und Ha Okay Fast geschafft Das Gute ist, solange kamen keine neuen Ja, genau UNTER FASEN WILT WENIGER, WATTE Okay, jetzt geht's wieder Äh Leider war das doch Wow Was? Fekten Übertrieben Und wie? Mario Party hieß es übles Treiben, hier hieß es übertrieben Nein Leck mich Gifte sind dumm Hieße auf jeden Fall Oh Wenn dir der Faden ausgeht, warst das Was? Oh You are so fucked up right now Oh nein 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 You can't do it I'm your master Aaaaaaah Okay Shit Schau mal wie die Vitalwerte fallen Fallen wie die Fliegen Okay, let's treat the remaining wounds for now Okay, das gibt es weg Nur noch Die verbliebenen Wunden Also muss auch nicht schnell genug gemacht werden ... ... ... der die 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 das ist nicht keine Ahnung sagt ok ja geschafft zu machen ja unser Faden ist jetzt der gut eigentlich aber er fühlt sich ja mit der Zeit wieder auf wie der Laser ja auf irgendeinem Grund ist ja auch gut so er wird halt erst wieder nachgebessert werden muss als neuer Bezügelung gesagt das war doch nur einer ja auch mieser wenn du so viel zu machen musst du nicht so die Polizei ist hier ich weiß nicht was zu dir passiert, aber es gibt keinen Weg, dass ich dir vergeben kann was du getan hast ja, wir können nicht vergeben Dame im Schach wie viel geht das eigentlich jetzt noch alles wir nähern uns jetzt sehr nahe aufs Finale zu oha ich würd sagen, ich bin 8,9,7 wish us at end of 5 bis dahin see ya